hallo herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom last epoch let's play mit dem bee druiden ja grut aber ich bin jetzt gerade kein grut ich bin ja ein insekt das schwarm steht gar nicht stehen nur humons vor ok genau weil ich ein paar insekten planzen muss und dann mit swarm strike angreifen mache ich jetzt gerade momentan ein bisschen mehr schaden da ja die bienen noch nicht versteckt wurden der behave noch nicht ja equipbar ist da ist er das nest des bluthüters ja wir sind jetzt momentan bei blut rost und tod und kein tod weil ich immer noch unsterblich bin also ich bin immer noch nicht gestorben in diesem charakter er ist sehr defensiv aber es kann schon sein mit beeswarm dass wir ein bisschen ja wir halten weniger aus also es ist vielleicht ein bisschen besser wenn wir da doch ein bisschen so jetzt habe ich momentan eine im beeswarm aktiv und habe dadurch extremen schaden den ich austeile aber bin wieder zurück verwandelt worden ok so ich bin jetzt eben aus der klinik zurück also ich habe einfach dort ja wie ein könig gelebt nein eben nicht wie ein könig sondern wie ein sklave gefolgt worden ich bin den ganzen armer schlucker niemand kann mir helfen ja und ähm hab's vermisst dankeschön dass ich wieder weiter let's playen kann dass ihr so gut und gnädig seid dankeschön und vor allem auch für die glückwünsche für die guten worte dass es mir auch schon vor der klinik wieder besser ging und ja bin dann einfach am samstagnachmittag dann halt in die klinik gegangen bin einfach nicht mehr besser so dafür geht's mir jetzt ja bisschen besser aber natürlich ist nichts geheilt einfach nur ähm ich konnte mal wieder etwas erleben eben es war eher negativ natürlich es war nicht so hilfreich es war schwer oder ich halt nicht immer so gerne viel aus da es mir einfach schmerzen macht und so dafür kann ich dann umso besser wieder let's playen und live streamen ich habe so einfach das verlangen wieder weil ich einfach ja längere zeit jetzt aushalten musste ohne diese sache mir geht's wieder besser dadurch aber nicht dass ich die klinik irgendwie genossen habe nein das nicht ich habe es genossen dass ich eben auch mal hause machen kann von bestimmten sachen ohne dass ich jetzt gerade irgendwie selber ja und eigentlich jetzt gerade jetzt ambush 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 Das ist der ambush 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 clan wieso geh es jetzt nicht spawn blade oh, das ist uns schwer ich will spawn blade ja, sehr gut aber leider nicht stark es sind einfach zu wenige infatsakte drin die infatssekten sterben, diese swamps und dadurch wieder stärker jetzt zum beispiel Gut, also dieser Wirbelsturm, den man ein bisschen sieht, der muss halt einfach stark genug sein und die krähen einfach mal alle dort. Ja, also diese Ambush sind manchmal schon stark, wenn man noch nicht so weit ist im Game. Wenn man noch nicht so stark ist, aber gut. So, was nehmen wir noch? Wir müssen hier... Genau das hier nehmen. Und noch einen. Ähm, hier machen wir einfach noch die Chance auf nochmals. Genau. So, jetzt hat sich auch mein Hals wieder ein bisschen beruhigt. Das ist momentan wahrscheinlich immer noch wegen Corona. Acht Einstimmungen, das ist etwas, was wir brauchen. Immer so viel Einstimmung wie möglich mitnehmen. Da wir durch diesen Behave-Nest des Bluthüters mit Einstimmung mehr Leben und mehr Schaden bei den Bienen bekommen. Und das ist scheinbar nicht gut gerollt, also wir müssen unbedingt das noch fahren. Den besseren Behave-Farm-Farm-Farm. Fünf Stärke. Hm. Könnte ich eigentlich auch nehmen. Ein Bär. Ein Bären-Level bekommen. Ne, nehme ich nicht mit. Bin zu fehl. Nein, ich habe ja im Lager... Genau, das ist ja das Typische, oder? Man räumt das Lager nie auf. Deshalb darf man das nicht mitnehmen. Ja, gibt es öfters. Also Bären finde ich fast schon am meisten. Doch irgendwelche, ja... Loot-Tables, oder? Findet man das am meisten von diesen Fähigkeiten? Ich glaube, Aetheras Blessing. Steht jetzt gerade hier, nicht unten. Aetheras Heilung, oder so. Ist es natürlich... Also das ist am häufigsten wahrscheinlich. Möiström vielleicht noch. Aber... Ja, ein Bären. Gibt vielleicht ein paar gute Bäts für Bären. Also wenn ihr das braucht. Nehmt das ruhig mit. Ihr denkt, ihr wollt mal ein Bären-Bild machen. Bär-Grills vielleicht? Nachmachen? So, hier habe ich einen Punkt hier hingetan, dass die Locusts... Wie heissen die Locusts hier unten? Aber wie heissen sie auf Deutsch? Steht nicht. Hm. Also Einstimmung immer priorisieren. Ah, hier habe ich 8 fertig. 8 Punkte Bonus. Man... Tut es zu einem anderen Minion, also anderen... Kreatur-Begleiter, genau, Diener. Es heisst Diener. Habt ihr schon mal Diener gesehen? Sondern irgendwelche Pads? Musst du hier? Oder Begleiter? Es sind Diener. Es sind keine Begleiter. Es sind Diener. Genau. Ja, und ich habe schon wieder ein Bild gefunden, den ich jetzt gerade hochspiele. Ich werde den aber erstmals zum Formen benutzen und sammle einfach die Glüfen, die er braucht, und die Glüfen, die... Äh, der andere braucht Smite zum Auswürden, oder automatisches Smite auswürden. Für den anderen Bild, dem Vulcanus-Wapav. Ähm, Kriegspaar, glaube ich auf Deutsch. Ähm... Ambosswächter. Genau. Deutsche Sprache, Schwere Sprache, irgendwie. So, schade, dass ich zu wenig habe von dem. So, ich habe schon mal einen Schwarm-Klingengestall, bitte. Ist gar nicht mal so schlecht übersetzt, aber es tönt irgendwie für mich noch ein bisschen zu wenig. Nach einem... Jo. Es tut in Englisch halt gut Tönen, und auf Deutsch ist es ein gewisses Smooth. Ein Schwarm-Klingengestall, es tönt nicht nach einem Alien, beziehungsweise einem Insekt. Es tönt eher so, als würde man irgendwie etwas zeichnen, oder so. Nicht gerade so. So echt wirkend. Oder brutal wirkend. Nein, ich habe keine Locusts. Keine Schwarm-Klingen. Babys. So, und jetzt hier. Und, wie viel Schaden? Ja, ziemlichen Schaden. Geil! Ich habe mir so vorgegangen, mein Spiel doch zu machen, aber das sehr langsam und smooth. Ich möchte zuerst mal ein Hardcore-Rollenspiel machen, also ein echt Rollenspiel, wo die Leute wirklich das Leben dort simulieren. Ich werde die ersten Server hosten lassen, dann irgendwann mal. Solange machen es wahrscheinlich die Community das Hosting, also auch Posts. Und dann mache ich einfach alles rings und dann, um das gehen. Aber so, dass ich das auch machen kann. Vielleicht bekomme ich ja Hilfe über. Und im Nebenbei muss ich ja noch den Rollenspiel selber von GTA machen. Ich bin langsam so richtig im Hamburg-Fieber, weil das selber, ja, sozusagen in der Stadt Hamburg spielt. Oder wie Hamburg. Wie sagt man denn, wenn es einfach nicht Hamburg ist, weil es ist ja New Yorker, nein, etwas Ängsthes in GTA 5. Aber einfach alles irgendwie so, ja, in die Richtung ist, das Aussehen und so. Keine Ahnung, imaginäres Hamburg. Hans, die Stadt Hamburg! Also, die, ähm, geht das wieder besser, langsam. Ich bin langsam satt mit diesem Hals. Ich glaube, das Corona. Also Long Covid. Was wollte ich noch sagen? Ja. Das ist einfach geil, wie es so jetzt schon aussieht und wie viel eigentlich schon gemacht wurde. Es fehlt einfach noch an Finanzierung. Das ist das grösste Problem. Ich glaube, ich spiele ein bisschen falsch. Ich muss viel mehr die Q-Span. Oder, eigentlich muss ich diesen Angriff mehr auf die Nester tun. Das kann ich ja nicht, wenn ich so mal mit dem Gegner umgehe. So, jetzt wenn ich dann die Gegner habe, dann werden. Macht sie denn mehr Schaden. Geil. Nein, jetzt gibt es keine Gegner. Edel-Gürtel. Jetzt sind wir schon beim Edeln, hä? Müssen wir schon nochmal König werden. Es fehlt noch an Resistenzen. Ja, das sind schon ziemlich gut. Aber manche da nicht. Ja. Wieder große Wirbelstum. Aber keine Gegner mehr. Jetzt komm. Wie das heidnisches Fleisch besiegen. Gab Roten Flesch oder... Nein, wie heissen sie? Roten Flesch ist ja das, wie mein Kumpel. Jetzt müssen wir nach oben links, oh oh! Ich mag irgendwie Schnee-Level, es sieht immer so geil aus in diesem Spiel, also Schnee mit dieser Grafik-Engine, oh geil! Ui! Und Wüste, Wüste gefällt mir auch, ist aber ein bisschen zu überbeleuchtet. Ja okay, Schnee auch. Ich mag Überbeleuchtung eigentlich nicht, sieht nicht realistisch aus. Max hat ein bisschen mehr realistisch gerne, da brauche ich nicht eine Überbeleuchtung, ich brauche nur eine Beleuchtung. Aber dafür, ja, RTX. Ray Tracy. Drago ist verwöhnt, er braucht Ray Tracy. So, nochmal Crow Star. Weil jetzt, nein, der Rottenfleisch kommt doch nicht, er geht noch weiter nach Nordwesten. Hm. Geben wir nochmal Bienen. So, was haben wir? Wir haben Level gemacht, jetzt sind wir Level 64. Noch 6 Level. Also, ich werde jetzt nochmals ein bisschen farmen, gell? Ich wollte das Video jetzt einfach machen, bin aber noch nicht so weit gewesen, weil ich das alles vor dem Klinikaufenthalt machen musste. Und nicht so weit kam, jetzt bin ich erst zurück und noch nicht so schnell. So. Schauen wir mal, es sitzt hier. Gut. Vielleicht ich mich noch erinnert. Wow. Wie das aussieht. Kennt ihr das? So, ähm, diese Algen da, diese blau-grünen. Tötungsmal, oh je. Und Resistenz und so ist Tötungsmal. Da unten auch nochmal ein Idol. Ich brauche ja unbedingt diese Idole. Ähm, wo ich nicht auswendig was. Wo ich nicht gerade sagen kann, wie genau sie sind. Ich habe einfach Physical Minion Damage und X-Speed, glaube ich. Ich habe gar nicht immer so viel Physical-Ding, eher Tech-Speed. Zwei oder, nein, vier. Da passen vier rein, ja. Aber wahrscheinlich nur zwei. Ja, also nur zwei. Aber gut. So, ich mag biegen. Ich werde mich alle zerplatzen. So richtig weiss werden durch die Einfrierung. Oder durch den Kollen. Durch Keldüschschaden. Das ist so harmlos. Ich gehe auch raus und friere, aber... Okay, das ist eine andere Sache. Erst da erfrieren. Das ist alles zu harmlos in der deutschen Sprache. Ich müsste es wieder am besten Altdeutsch sagen. So. Was? Föllefinger. Ich kann nichts wissen, was Föllefinger ist. Ui. Mann, dieses Wut-System. Das könnten sie gleich wieder wegwerfen. Der Werwolf und der Werber hatten Diablo 2 auch nie Wut gebraucht. Das ist doof. Macht einfach nicht so viel Spaß. Es ist mehr Arbeit als Spaß. Jetzt. Ui. Nö. Nichts sonst da. So. Noch weiter. Ah, nicht schon aufhören. Wirbelwind. Wirbelwind. Oh, Wirbelwind. Gibt es eine Kombination, Bild? Also. Es geht halt nicht. Ja. Da brauchen die Spicken gestorben. Ah. Schon wieder gestorben. Ja. Wollen wir ja. So. Da ist es. Also zuerst mal ein bisschen Swarm. Und dann los. Ja. Ist nicht optimal. Sind noch zu wenig. Muss noch ein bisschen abschätzen. Wie viele Swarms. Oder braucht man. Doofen, blöden Insekten. Die Spawn hat auch schlecht. Die halten nicht lange aus. Das ist doch nicht optimal zum Level. Diese 6 Level zu machen. Aber es ist immerhin. Jo. Besser als zum Beispiel die Ranken. Die Ranken, die mögen halt nicht so weit. Und hier. Und oben. Was schreiben die schon wieder? Extrem viel. Extrem große Kolonnen. Also das physische Schaden brauchen wir nicht. Und LP. Würde ich gerne haben. Aber es ist zu gross. Physischer Widerschaden ist zu wenig. Also nix. Schade. Also ich gucke kurz. Was wir brauchen. Wir brauchen 2 Ordinate Beer of Idole. Mit Bienen per Sekunde sind die. Da brauche ich einfach 2. Und. Genau. Ich habe weniger Bienen. Weil die ja sowieso noch keinen Damage machen. Also sehr, sehr wenig. Und habe hier oben auch einen Abkampfschaden. Der Fangzahn Equipment. Jo. Das geht. So. Da unten 2. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass es schwierig wird. Aber trotzdem, es geht lange. Also das mache ich lieber. Immer schön. Doch ein bisschen ohne. Ich könnte vielleicht heute sogar Livestreamen. Einfach spät. Weil YouTube ja so lange braucht. Zum Hochladen momentan. Da geht es wahrscheinlich schon bis 11 Uhr, bis das Video kommt oder so. Nein. Ich glaube es geht nicht so lange. Also ich mache es jetzt auf jeden Fall nicht so lange, dieses Video. Weil YouTube halt immer ab 30 Minuten Probleme macht. 18 Minuten habe ich schon. So, hier kann ich wieder ein erstes spawnen. Da sind auch noch wenige Gegner. Hä, wieso sind so wenige Gegner in diesem Level? Was nicht so gerne. Nein, falsche Taste. Ich habe die Air Taste gedrückt. Alles noch. Noch mal spawnen, damit wir schneller sind. Dankeschön. Mal ein bisschen draufhauen. Und was kann ich da oben? Hä, habe ich viele mitgenommen. Nochmals größerer Wirbelwind. Ja, hier sind wir also wirklich nicht klar. Jetzt muss ich alles wieder zurücklaufen. Hä, das Level von Wordmail. Es ist jetzt gerade erst erschienen. Wie jetzt geht's, okay. Ein Tor. Okay, ich gebe es langsam auf. Ich bin nicht gewöhnt dran. Ich muss es ein bisschen trainieren. Aber immer wenn ich Swarm Blade einsetzen will, wird es richtig gut. Ja, hier. So, jetzt grosser Wirbelwind. Nicht ganz gross, glaube ich. Ja, aber es ist stark schon. Sehr nett. Ja, hilft doch. Also. Man muss nur richtig machen. Wenn man falschen Bild, also der Bild falsch spielt, da hat man ein bisschen Probleme. Ja, vielleicht ist es einfach dieses Krankenhaus. Äh, der Kater nach dem Krankenhaus. Der so ein Wesen schusselig macht. Das würde da irgendwie eine Bar sein, oder? Man geht zuerst in die Bar rein und dann wird der Mann aus dem Krankenhaus. Trinkt erstmal ein bisschen Wodka. So. Antini. Geschüttelt und nicht gerührt. So. Diener Nahkampftempo. Nur wenig. Ich möchte Bienen. Acht Stück. So zehn Sekunden. Ja, ein bisschen Diener physisch schaden kann ich leider gebrauchen. Fäte schaden. Nee. Ups. Kommt ein Orangene Item. Nee. Schlecht. Der Fäte lässt zu viel zu. Aber das ist acht Stärke, das nehme ich mit. So. Dann haben wir nochmals ein und dann haben wir noch ein Ding. Schöpfen wir das noch? Könnte schwer sein mit zehn, nein mit zwölf Prozent schaden. Ja gut. Wir versuchen es. Wir haben zu viel Schaden. Oh nein, nicht eine Arena. Nee. Das Spiel tut mich betrüben. Es will, dass ich sterbe. Nein. Jetzt komm. Dicken Schadenhauf. Nee. Komm mal Schadenhauf. Viel mehr. Viel mehr. Noch viel weiter. Noch viel mehr. Noch viel mehr. Jetzt werde ich ein paar Schwinen. Die Schwinen, das ist eine Abkürzung. Eine Mischform. Zwischen Biene und Schumse. Die Sumse-Bumse-Biene. Hm. Interesting. Ist ne tolle Arena irgendwie, weil irgendwie die Gegner nicht so mega voll spammen ein. Klar, diese kleinen Gegner da mit ihren kleinen Köln. Die sind schon stark, aber sie unso langsam angreifen, sie drehen sich hier nicht so langsam. Deshalb bekommen wir gar nicht mal so viel Schaden. Hier von diesen Fernkampf-Skeletten bekommt man doch sehr viel Schaden manchmal. Aber wir haben wahrscheinlich gute Resi. Physical Resi. Sehr gut. Also es läuft sehr gut. Wir werden irgendwie stärker. Aber. Falsche Richtung, aber trotzdem getroffen worden. Wie alles einfach verschwindet. Wie ein Staubsauger oder so. Wusch ist es weg. Zewa-Wischen weg. Ich habe noch nie in meinem Leben Zewa gekauft. Ich kenne nur die Werbung. Ich bin so faul, wenn es um Werbung geht. Sehe ich etwas in der Werbung, kaufe ich es mir einfach nie mehr. So. Hü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Hü-dü-dü-dü-dü. Naja. Ich heiss nicht gerne fast. Ich bin Anti-Fast-Hutiker. Ich bin halt Sportler. Ich brauche Futternerbe. Nein. Nicht töten mit diesem... Boah, war das knapp. Aber diese... Gletscherbrocken da. Lawine. Ne, ist nichts für mich. Ich bin nicht unter einer Lawine. Lawinen schmelzen. Die können mich nicht abfangen. Ich gehe nicht Skifahren, bevor die Gletscher alle geschmolzen sind. So. Weg damit. Keine Lawine für den Drago. Aua. Nix Lawine. Nein. Boah, der hat nämlich fast die höchste. Das ist ja mit Äthera-Sicken. Wie gesagt, ich will nicht so viele Äthera-Sicken. Äthera-S-Blessen. Dankeschön. Lawine, Lawine. Kommt und macht eine Biene. Die Lawine produziert Bienen. Aua. Da unten. Sehr schön. Jetzt weiss ich, ich habe einen Titelspruch. Lawine, Lawine produziert Bienen. Nein, es lernt sich gar nicht so gut, aber... Ja. Also wie soll ich Schwarm klingen? Ja. Ja. Und... Muss das sein, dass ich jetzt hier so wie... leeren Jeanne bekomme? Aber... Mein Gott, ich stehe jetzt noch sterben. Bitte, bitte helft mir, dass ich nicht sterbe. Ich bin so ähm... Kann mir so egal sein, aber... Ja, konzentriert nicht zu sterben. Ist auch nicht gesund, oder? Ich will einfach im Leben bleiben. So, jetzt schon. Ja. 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 Das dritte... Das dritte... Echo... Also... Monolithen von links. Und dann gehe ich hier runter. Oh nein, nicht noch mehr Schadenswirkung. Ja. 60%. Es ist... Es steckt. Also kann ich noch nicht hier durch. Ja, ein bisschen weniger Schadenswirkung. 60%. Also hier nicht durch. Tödlich. Ah... Tödlich ist was? 30%. Mal das irgendwo nachschauen, was tödlich heißt. Hm... Weiß ich leider immer noch nicht. Also wir müssen das... Das nehmen... Und das in der Mitte, glaube ich. Ja. Gesunde. Sonst ist der... Der Druiden damals nicht fertig ist, Kid. Oh, Schwarm Blades, kommt raus. Ich brauche euch. Wo seid ihr? Kommt mal ein bisschen öffens. Wir haben noch viel zu wenig hier. Jetzt. Ja, ein bisschen groß. Bisschen klein, aber auch ein bisschen groß. So, Dankeschön. Ah, hier runter. Eindötige Runde. Eindötige Runde. Da oben ist noch ein Aurengegner. Weniger Schaden von den gefährlichen Auren. Hm. Könnte ich schon. Ja, ich wollte zum Schrein. Und ich so. Oh. Sicher wieder ein blöder Schrein. Und was kommt? Ein blöder Schrein. Nein, es ist der Geschwindigkeitsschrein. Es ist ein netter Schrein. Hm. Habe ich nicht so gesch... Äh. Gerade gesehen. Doch ein guter Schrein. So. Also. Dann hier. Ja. 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 Ich mag Swarmblade. Warmklingengestalt. Es gab so... Es wurde am Samstag oder am Freitag mal so ein Item gepostet, wo drin steht.. Äh. Leiden stand anstelle von Leiden und so Sachen. Es gibt wirklich ein paar falsche Übersetzungen noch. Es ist komisch. Ich weiß nicht, wer das übersetzt hat. Es ist wirklich die Entwicklung nur als Google-Übersetzer verändert haben, aber es gibt manche falsche Übersetzungen. Mir kann es egal sein, ich weiss ja, was das wahrscheinlich heisst. Aber jetzt Neulinge, die würden wahrscheinlich dann einfach nicht rauskommen oder die wissen dann gar nicht, was ein Laiben ist. Vielleicht ein Laibrot. Ich schleibe mein Leben. Ich schleibe mein Brot per Leben. Und noch irgendwas anderes. Bei einem Unique steht irgendwas mit, äh, weiss jetzt gar nicht, was genau für ein Wort. So ein Faux. Ist das Fokus? Nein, Fokus ist... Bin ich gerade ein bisschen am Schlauch? Also, das eine ist ja Schutz, oder? Und da gibt es noch etwas Endurance auf Englisch. Wie heisst das auf Deutsch Endurance? Ich habe leider kein Endurance. Ja. Also einfach Endurance auf Englisch. Hat die irgendwie ganz miteinander. Es macht keinen Sinn. Oh, hier ist eine Rüstung. Aber es ist mehr Schaden. Ich werde es mir holen, aber ich werde dann wahrscheinlich irgendwann sterben. Und ich zeige, sobald ich dann hier irgendwo ganz rechts bin, aber einfach auf Level 70. noch vier Level. Wenn ich das irgendwie schaffe, oder sonst mache ich aber den Boss alleine, der ist ja ziemlich leicht in diesem... Wenn es der Nekrogegner ist, glaube ich, der Nekroboss ist, dann mache ich den alleine. Der ist nicht so schwer. Da habt ihr den schon ein paar Mal gesehen. Einfach meine alten Let's Play Parts schauen. Sind auch immer nett gewesen. Genauso wie heute. Wo wir es so lustig hatten. Jo, also. Ja. Dankeschön für die Hilfe. In den letzten paar Tagen und Wochen ist es wirklich wieder bergauf gegangen. Ja, hoffen wir einfach, dass es mit Last Epoch auch bald wieder bergauf geht. Also am 21. Februar ist sicher. Dann bergauf. Aber das können die Fans ja auch vorher nochmals ein bisschen pushen. Oder auch ohne Update. Können die das Spiel ja auch mal wieder spielen oder gerne sehen auf YouTube oder Twitch. Genau. Ich tue ja eben auf Twitch wieder Livestreamen. Also könnt ihr eben am Abend mal kurz vorbeischauen und schauen, ob ich Livestreame. Jetzt eben heute ging es nicht, früher die Videos zu bringen. Aber morgen kommen die Parts wieder früh. Bis dann. Tschüss.